zurück zu D.U.U. Warum ist sie denn hier eingesperrt? Reden wir gerade nicht. Die spricht in der dritten Person von sich. Oh, das hört man noch gerne. Und wie bist du hier in diesem Käfig gelandet? Ich war eine innozente, eine Frau von mir. Aber schnell waren ihre Spuren auf mich. Und sie haben mich in dieses Käfig, das für Kinder verliebt. Mutter würde die Fülle von ihrem Knochen ausdrücken, wenn sie sie sehen könnte, wie sie mich behalten. Vielleicht kann man das klar? Sorry, Sir. Na ja, sie ist aus irgendeinem Clan, schätze ich mal. Diese Baby-Bey-Dotre. Ich bin Baby-Dotre. Hast du ja gehört, oder? Ja, aber vor allem, wie spricht die ihre Mutter mit haarigen Brust und mit wem sprichst du jetzt? Ich spreche gerade mal die Tulja an, mit der sie sich gestritten hat. Wie ist denn die Frau in dem Käfig gelangt her? Sie ist vielleicht aus irgendeinem Clan, vielleicht Berserker oder so. Das ist ja wie immer. Zwei Meinungen, die sich halt... Die darin aber keine Wunde. Ja, und was ist jetzt, ähm, ne? Was wird aus dieser zugegebenermaßen fremden Fremden? Oh, well, that's to be decided. She doesn't seem to be sick, despite Tully's moaning. We can't keep her here forever, but we can't well send her into the wilds again, can we? Ja, unsere Fittiche. Aha, sieh mal an. Sorry, Sir. Soll ich das erste Mal machen? Kenias? Was sagst du? Ja, warum nicht? Falls. Ach, sieh mal an. Ah, ich hab den Dialog abgehauen. Mist, Entschuldigung. Passiert jetzt nicht mehr viel? Die gehört jetzt uns, also... Die gehört uns, ja, genau. Die gehört jetzt uns, die kommt mit uns. Die ist aber an dich gekettet. Ja, macht ja nix. Und ich kann sie ansprechen. Was erzählt die? Ja, sie ist halt aus so einem Clan, ne? Sie ist halt in einer Wildnis aufgewachsen. Also... Und wir haben alle sein. Hm. Ach, du kannst auch mit ihr reden? Ah, deshalb werden sie nicht mehr vertont, oder was? Das hab ich ja jetzt gesagt. Ach so. Genau. Du bist quasi wieder... Wir machen eine Dreierbeziehung hier. Oh. Ich... Ich... Ich der Hahn im Korb. Genau. Wir waren trotzdem an und vor uns, wenn wir im Herzen noch wild geblieben, betrachte einen Menschen... Oh. Oh. Sorry, Sir. Ja, okay. Wir haben gar nichts bekommen. Plus, minus. Mögen wir uns? Wir haben einfach mal drüber diskutiert, über Wilde und der Menschen, der die Natur und... Naja. Hey. Dein Charakter ist mir aber schon sympathisch. Also angefangen haben wir übrigens mit 0. Minyas hat jetzt schon 10 gegenüber, also du kannst bei mir Rechtsklick machen und mich untersuchen und dann siehst du die Sympathie. Oder ist das meine Sympathie für dich? 5. Hab ich 10. Was? Ich mag dich mehr als für mich, du Arsch. Ja. Penner. Penner, Sausack. Ratte. Wir wollten jetzt nochmal... Wir wollten nochmal mit Esmeralda quatschen, weil das mit den Steinen irgendwie verheimlicht sie uns da noch was. Können wir da noch irgendwo was geben? Esmeralda ist Hintereingang, das klingt schwierig. Esmeralda ist Hintereingang, ja. Ja. Wollen wir den genau untersuchen? Ja. Ach, schön. Warum bin ich hier manchmal so langsam? Ich hab immer das Gefühl, dass ich... Nein, du bist nicht ganz so, was es ist. Ich bin den Fokus vom Bild verliere, ja. Ach. Der Septimus ist ja auch hier. Vielleicht weiß der eher mehr. Wer verbringt die ganze Zeit mit der Esmeralda? Okay, ich quatsch ihn mal an. Ich frag ihn mal, was er über Esmeralda denkt, oder? Mhm, ja, ja. Ich mach das gleich mal. Na, da geht doch was, oder? Vielleicht. Also er denkt, sie ist unschuldig. Was denkst du? Ober Jakes Tod. Jakes murder is in a word a tragedy. He was well loved in all of Saicino. The council of seven couldn't have wished for a better ambassador. Na gut. That he of all people should have braved the undead siege for so long, only to be felled by foul sorcery is heartrending. Guck mal, was diese anderen Fragen sind, oder? Esmeralda, die winkt schon im Hintergrund. Du bist auch gleich dran, Mädchen. Genau. Und dann geht's dir so richtig an den Kragen. Pass auf, ich bin mal weg. Esmeralda? Ja. Hä, das sind doch die gleichen Dialoge. Soll ich mal kurz durchklicken? Ja, mach mal. Also wer seid ihr? Esmeralda. Ja, wird für Hammer gehört. Anklärt, solltet ihr Beweise finden. Mir ist zu Ohren gekommen. Aha, hörst du zum ersten Mal. Kannst du mir mehr über diesen Ort erzählen? Was willst du wissen? Okay. Aber wir müssen... Wir kriegen die nicht, ne? Ja gut, wir müssen irgendwas finden, was auf den Mord hinweist. Ich meine, wir können uns hier vielleicht umgucken, aber... Ja, ja, ich schau grad auch mal. Makrele, die hat hier eigentlich nur Essen rumliegen. Wir kommen hier auch nicht weiter, oder? Die ganzen Türen sind zu. Ne? Nur oben. Wir können jetzt nur mal oben gucken. Lass uns doch mal oben die Bude durchstöbern hier. Einmal Gemälde des Hahns, einmal Truhe. Schlüssel zu Esmeraldas Haus. Oh, warte mal. Das nehm ich mal mit. Da wollen wir Hintereingang rein. Ich hab mal ihr einen Schlüssel geklaut. Okay. Hier ist ein Diamant. Das ist ein Diamant. Hab ich mitgenommen. Ein Glasrubin. Oh Minias, tut mir leid, aber... Ich nehm die Gemälde des Mannes mit. Komm, pack ein. Wir brauchen Geld. Sternkiesel. Nimm's mit. Du, du bist voll der Rabe. Das ist wahrscheinlich alles von Jake hier, die Steine, die er gesammelt hat. Könnte sein. Lass uns mal runter gehen und durch den Hintereingang wieder rein. Hast du die Truhe durchsucht? Ne, die ist zu. Hast du die aufgekriegt? Oh Gott. Geh mal ran. Geh mal ran. Das stinkt ne Unterhose, ne? Die kannst du da da lassen. Ne. Ja. Ja. Wirklich. Komm, lass uns mal durch den Hintereingang gehen. Das ist von erstmal... Das stinkt schwierig. Ich hab ja jetzt den Schlüssel geklaut. Wollte grad sagen. Vielleicht kommen wir jetzt hinten rum rein und können Sachen machen. Ist vielleicht nicht so gut, aber ich hab's jetzt geklaut. Naja, das ist ja nicht fremd. Solltest du jetzt vielleicht auch mal speichern, bevor wir hier reingehen? Ja, mach ich jetzt, bevor wir hier anklicken. Warte. Speichern wir. Okay, F5. Mhm. Ja, dann mach mal. Ah, verdammt. Das ist mal alles Wohnräume. Schade. Aber die Tür ist auf. Von daher ist mir das völlig egal. Okay, mach mal die Tür zu. Ne, der... Der perfekte Mord. Schau mal, hier liegt ein Buch. Der perfekte Mord. Was, der perfekte Mord? Ja. Ich lese das mal vor. Ja. Anderen den Löffel abgeben lassen. So plant man den perfekten Mord. Ach du Scheiße. Ich lese nicht. Gewinnt den Schlagring. Bla, bla, bla. Vorwort. Ähm, oh Gott, das ist relativ viel. Auswahl der Vorgehensweise hätten wir hier. Okay. Erstes Kapitel. Auswahl des Ziels. Bei der Auswahl eines Opfers sind mehrere Fragen. Mhm. Beispiele. Ist der Kopf eures potenziellen Opfers rundum... Ja, symmetrisch genug für eine ansehnliche Jagdtrophäe? Ist das lange Haar... Äh, das Haar lange? Bla, bla, bla. Haben wir noch? Äh... Hallo, Seite. Warte mal, das ist interessant. Mit einem Deutsch lässt sich der Teppich rot färben wie ein Rosenbeet. Erstickung ziemt sich für Liebhaber und Mütter. Vergiftung bietet sich besonders bei verbitterten Herzen an. Wie ist denn der gestorben, der Jake? Entschuldigung, ich lach gerade, weil ich gerade eine ganze Truhe eingesteckt habe. Ähm... Die Ausführung. Na gut, der Teppich ist rot. Der Teppich ist rot. Der Teppich ist rot. Es sah doch aus wie Hulle. Warte mal. Ich... Äh, dann guck ich nochmal. Das ist für... Naja, mit einem Deutsch. Bittest du hier zufällig einen blutigen Deutsch irgendwo? Guck grad die Fässer durch. Hier geht's in den Keller. Schätzelein. Komm mal hinter. Das ist gut. Weder einer Frau? Oh, da liegt noch ein Schlüssel übrigens. Den... Das stimmt, den habe ich nicht gesehen. Ich habe eben auch einen mitgenommen. Ich habe einen Schlüssel mitgenommen. Und zwar für die Truhe im Gasthaus. Die Truhe habe ich gerade ausgeräumt. Da waren Schuhe mit drin. 17. Och, das nehme ich doch mal. Er hat blockiert. Also, wir gehen mal in den Keller, oder? Hm, würde ich auch sagen. Oh, Minja, speichern mal. Das hat er schon von sich aus gemacht gerade. Okay, und wir haben ein paar Schinken hier an der Wand. Mit Truhe. Hier sind Ruhe. Kriegen wir das vielleicht irgendwie auf? Nee. Vielleicht finden wir noch einen Schlüssel. Schlossknacken gibt es hier. Achso, kann ich aber nicht. Da, warte, hier ist ein Eisenschlüssel. Was er wohl aufschließen wird, steht da geschrieben. Wahrscheinlich das Ding da hinten, oder? Hoffe. Und wenn wir jetzt in der Truhe ein Deutsch finden, Minjas, dann lache ich. Dann lache ich. Ja, Tatsache. Was ist drinne? Äh, elegante Lederrüstung, aber ist nicht identifiziert. Kannst du mir nehmen. Ledergamaschen und eine Wasseressenz. Ich hab mir alles mitgenommen. Leider nicht irgendwie. Eine Heugabel, ein Schinken, eine Schweinebraten. Wie kommt man denn in den hinteren Raum hier? Wo ist denn hier so ein Schrank? Ja, guck dich genau um. Da sind Stoffreste. Schinken. Oh, ein Appel. Appel nehme ich mit. Oh, diese, diese, diese Zeugabel ist gar nicht so schlecht, aber ist wahrscheinlich eine Zweihandwaffe. Wo geht's denn, wie geht's denn hier in den Raum rein dahinter? Siehst du das? Hm? Guck mal, da liegt, da liegt ein Schreiben offen. Das ist hinter dem Schrank. Hinter dem Schrank. Man kann den Schrank anscheinend... Nein. Echt nicht? Komm. Ähm. Nicht öffnen? Kann man den irgendwie kaputt machen? Warte mal. Ne, man muss ihn wahrscheinlich heben, oder so. Hinter dem Schrank ist eine Tür, auf jeden Fall. Ja, ich seh's auch. Ich seh's auch. Ich seh's auch. Ich bin richtig aufgeregt. Das macht Spannung hier. Oh, geil. Warte mal, ist da noch ein anderer Eingang? Ne, das ist das. Warte mal. Das muss man da irgendwie... Warte mal. Den auf jeden Fall nicht weg. Ah. Wer steht das nicht? Irgendwie muss es doch hier rein gehen. Aber ich kann den angreifen. Mach mal mit, ähm, STRG und dann auf das Objekt, Minjas. Greif mal die an. Das geht bei mir nicht. STRG? Ne, geht nicht. Kannst du's doch auswählen. Ne, nicht. Jetzt kann ich mich gar nicht mehr bewegen. Hast du wieder irgendeinen Knopf gedrückt? Hattest du schon mal? Ich kann mich nicht... Ich kann noch nix mehr anklicken. Hier mit dem Schrank. Jetzt. Jetzt kann ich mich bewegen. Beigabel? Irgendwie... Da ist ne Tür hinter. Du hast vollkommen recht. Nicht erreichbar. Wieso nicht erreichbar? Ich dachte, dass ich das denn wegschieben kann. Ist hier... Hier ist ein Schalter. Warte, ich habe einen Schalter. Echt? Hast du... Du bist... I love you. Wunderbar. Euer Fall. Schaufel. Sie hat dort... Blutiges Messer. Einhandwaffe. Liegt auf dem Tisch. Ja, blutiges Messer habe ich. Sie war das. Sie war das. Kleine Blöde. Weißt du die? Okay. Wir unterhalten uns jetzt mal, oder? Ich würde mal sagen, wir unterhalten uns jetzt mal mit der Kleinen. Okay. Okay. Lass uns hochgehen. Warte mal. Ich klaue noch die Goldsachen. Ist doch klar. Mutter hat uns so erzogen. Mein Bruder. Mutter war das. Okay. Ey, genial, dass wir das so machen mussten. Ähm, da können wir nicht durch. Das heißt, wir müssen jetzt vorne rum. Ey, ich finde das der Hammer. Weil, man ist ja von Spielen gewohnt, dass einen sehr stark auf das Stoßen, was man machen muss. Aber, dass wir jetzt wirklich so... Da einen Schlüssel finden. Und dann von hinten. Hammer. Wir haben sie... Wir haben einfach mal das rausgesucht. Gut, dass wir Esmaral das Hintereingang untersucht haben. Ich meine, siehst du noch? Was das für Vorteile bringt. Genauer, genauer untersucht. Also Kinder, merkt euch das. Immer genau Esmaral das Hintereingang durchsuchen. Genau. Und vor allen Dingen passt das auch auf das Buch, was ich gefunden habe, wie der Tatort aussah. Ja, ja. Und eben mit der Waffe. Na, komm mal her, Esmaral da. Sag mal, wie sieht's denn aus? Sprechen wir doch mal an dem Mord. Über den Mord. Wir machen jetzt das Foto. Okay. Ich habe also das Handbuch für den perfekten Mord gefunden, ne? Ja. Ja. Aber dann erkläre mir doch mal, warum das Blut, also wie das Blut an den Deutsch gekommen ist. Ja. 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 Mhm. Feuerfall, blutiges... Ich glaube, wir haben die Beweise, Minas. Wir sollten zum Hauptmann gehen und ihm das vorlegen. Ähm, lass uns noch mal mit dem Septimus sprechen kurz. Der... Der Septimus? Okay. Ja. Buchrester. Einmal das Buch? Ja, ja. Das Blut... Also das Buch, meine ich, ist ja nicht das einzige. Wir haben auch das Messer gefunden. Ja. Okay, ich bin ja mal weg. Hm. Haben wir das auch übersehen? Ne. Ah, ich glaube, das reicht. Entschuldige mal bitte. Ich schicke die DNA ins Labor. Ich sag's dir. Das ist Jake. Ja. Jakes Blut. Dann müssen wir jetzt zum Hauptmann. Der war oben rechts. Ich hoffe, es reicht, Minas. Wenn nicht, müssen wir dann nochmal gründlich arbeiten. Ne, come on. Ja, was soll denn noch kommen? Das wird reichen. Das Buch haben wir. Wir haben ein Deutsch. Kann man den Deutsch noch untersuchen? Kannst du den irgendwie noch rechtsklicken? Ähm, kann ich gleich mal machen? Ähm, mach ich gleich. Sofort. Ich lauf erstmal. Sag mal, hat, ähm, sie auch ein Inventar hier, die... mit der wir hier unterwegs sind? Ich weiß nicht. Ich hab da unter meinem Charakterbildschirm einen kleinen Button. Ja, sie hat... Oh, sie hat auch ein Inventar. Mit einige Pfeile. Sie ist ein... Ein, ähm... Sorry, Sir. Eigentlich ist sie ein... Ähm, ein Berserker oder so, aber... Kann sein, dass sie mit Bogen agiert. Ist auch nicht schlecht. So, Truhe mit Beweisen. Stimmt, hier sind vier Truhen, ne? Ja, aber die sehen aussieht anders. Jetzt lassen wir ihn nochmal ansprechen. Oh, was jetzt? Okay, ähm... Lasst uns über die Ermordung sprechen, oder? Mhm, ganz genau. Ja. Hast du alles herausgefunden? Hast du irgendwelche Beispiele gegen sie gefunden gefunden? Wie soll ich den perfekten Mörder planen? Wirklich? 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 Wie glaubt uns denn keiner? Das kann doch jetzt nicht sein, oder? Wir gucken mal in unser Tagebuch, was das um den Mord geht. Haben wir was am Tatort vergessen? Jetzt mal behauptet, dass der Blumen, den wir genannt haben vom Jakes, kochen für einen Klingzaube silber, aber ist das die Wahrheit? Ähm, ein mysteriöser Mord. Ist das immer noch mit dem, die Sache wird langsam interessant? Hm. Da sind wir schon... Wir sind ja auch schon relativ weit. Uns fehlt noch. Irgendwas fehlt uns noch. Du hast den Deutschen untersucht. Geht das? Achso, warte. Mach ich. Ausrüsten, fallen lassen. Kannst kombinieren nur noch. Ah, blutiges Messer. War ich mit der Stelle im Gasthaus, dass wir uns das irgendwie angucken müssen, oder? Können wir... Nee. Ja, mit dem im Tatort. Können wir denn nicht irgendwie den Jake untersuchen? Also die Leiche? Wo ist Cindy? Gibt's hier eine Leiche? Überhaupt? Oder ist sie weg? Das ist eine gute Frage. Also an dem Tatort lag's ja wohl nicht. Gibt's hier ein Kühlhaus? Nee. Wenn wir jetzt hier nochmal rauskrollen, das ist das Einzige, was... Wir haben doch den Splitter gefunden. Meinst du nicht, dass wenn wir jetzt in dieses... Wenn wir jetzt dieses Portal hochreisen, dass die irgendwie den Splitter da in den Teppich einweben kann und vielleicht da irgendwie ein Teil der Geschichte... Ähm, das ist, das ist was ganz anderes. Ja? Ich glaube nicht, dass das irgendwie was damit zusammenhängt. Also mit dem Mord jedenfalls. Wurde die Hauptstory sein, schätze ich mal, die Steine zu finden. Ähm, jetzt ist die Frage, gehen wir nochmal zum Gasthaus, den Tatort untersuchen. Ja, ja, das hätte ich gesagt. Esmeralda? Mit Esmeralda scheint's auch noch nicht geklärt zu sein. Guck mal, sie ist auch immer noch als Questmarker. Nein. Ich glaube, das ist allgemein. Das sind die Leute, die, die, ähm... Achso. Achso, gut. ...zu der Geschichte gehören oder so aus einer Art. Dann markiere ich da mal den Tatort. War das hier? Nee. Vielleicht hat der aber ja auch irgendwie was gesehen. Vielleicht müssten wir mal mit dem Tavernenwirt quatschen. Ach, guck mal, da ist auch die weiße Katze übrigens. Schau mal. Miau. Haha. Das ist einfach nur Miau. Miau. Und wenn wir mit dem Dings sprechen, dann sind wir jetzt schon wieder zurückgelaufen, gell? Mit dem, mit dem Aurel oder wie er heißt. Anna, Alistar? Ich würde gerne mal mit dem Tavernenwirt quatschen. Vielleicht hat der was gesehen. Hallo, bleibt mal stehen da drüben. Hallo. Ja, direkt die zwei, ne? Mhm, genau. Ja, erzähl mir doch mal was über die Mordnacht. An eine Frau vermietet. Das ist aber schon mal ein Tipp. An eine Frau vermietet. Ah, das ist schon mal ein Tipp. Ja, das ist schon mal ein Tipp. Mitgegangen, Minyans? Hat sie vielleicht Männer zu sich geholt? Klingt so. Die Machete des Großvaters, ja, alles klar. Vielleicht haben die das irgendwie geplant. Also vielleicht hat sie das mit jemandem zusammen geplant. Aha. Ja gut. Der Herzog von Ferole, mit dem hatten wir schon mal was zu tun. Der ist der Liebhaber der Esmeralda. Ich glaube es ja nicht. Ist ja der Hammer. Ich glaube, wir müssen mit dem Typen reden. Oder mit den Personen, die hier vielleicht noch vor Ort sind. Hier gibt es zum Beispiel die Bedienung. Eine Anna. Guck einfach mal her. Hab sie angesprochen? Ja, guck mal, mach mal das zweite. Vielleicht finden wir mal was raus. Ich glaube, ich glaube, ich bin einer der letzten Leute zu hören. Ich glaube, ich bin einer der letzten Leute zu hören. Ich glaube, ich bin einer der schlimmsten Schmerz, die in meinen Augen sind. Und mit dem Raum, wo es alles passiert ist, noch unter Quarantinie, wir haben eine constantes Erinnerung von genau was passiert. Doch das ist die Frage, nicht wahr? Was genau passiert? Wir alle denken, es war die Esmeralda, die in die Raum kamen, und der Duke, die in die kamen. Ich war's und nudging die letzte von den Lushen aus der Tür, war ein bisschen seriöser hier. Die Fragen sind jetzt, also Arbeit als Bedienung ist ja wohl klar, ne? Okay, ja, dann mach ich mal Close. Frag mal die Anna hier hinten. Van Jäger. Mhm. Ja, ja, gut, weiter. Was? Okay. Ach, sie gehört zu diesen fantastischen Fünf-Leuten. Hm, na ja. Okay, ich bin dann erstmal weg, darum kümmern wir uns jetzt nicht. Genau. Wir wollen erstmal den Mord aufklären. War das nicht hier? Der Herzog dieser Fyrhul. Lass uns doch mal reingehen in den Raum, oder? Nee, nicht. Achso, können wir doch mal machen, wenn du möchtest. Ich glaube, das wird nicht viel bringen. Diesen Herzog müssen wir finden. Novak? Ne, es war ja gar nicht hier. Wer ist er denn hier? Francis, aha. Oh, ich klemmere fest. Oh, kommst du raus? Schaust es? Äh, jetzt. Ich mach nur den Schirr wieder zu. Ich klicke den Spiegel an und sie sagt, sieht gut aus. Also, wer mit ihm spricht. Äh. Der Legionär? Ich glaube, der ist noch... Nee, nee, das ist, der ist das Gleiche. Lass mich rennen und bla bla bla. Passt nur auf, ne? Was ist denn? Hier gibt's zum Beispiel einen, ähm, Novak. Novak, wer bist du? Ach, okay. Einer von diesen fantastischen Fünf? Ich glaube, wir müssen mit dem Herzog reden, Minyans. Wo ist der? Der hat die Nacht ja mit der Esmeralda verbracht. Der muss was gesehen haben. Weißt du, wo der ist? Schau mal kurz auf der Karte. Oder ist der jetzt vielleicht dazu gekommen? Der Hauptquartier. Ah, wo... Nee, nee. Aber ich glaube... Es könnte sein, dass es der Typ ist in Esmeraldas Laden. Der eine andere. Da ist er... Ja, ach so. Ja. Ich würde es einfach noch mal probieren. Denn in einem von beiden ist er entweder am Hauptquartier... Ja, eigentlich. Bürgermeister... Der Herzog, der wird nicht hier sein, oder? Ich kann mich nicht erinnern, dass wir mit ihm gesprochen haben. Du sagst, du hättest ihn... Nee, haben wir noch nicht. Aber wir haben schon mal von ihm gehört. Naja. Er wird hier irgendwo rumgucken, schätze ich mal. Oder wir sprechen sie nochmal an. Kann sein. Laden Wachmann? Der Septimus. Der hat mir davon erzählt. Warte mal, einige Fragen? Nee. Mal weg. Okay, dann quatschen wir mal mit Esmeralda nochmal. Meint, ich bin noch nicht da? Ich mach direkt hier mit dem Sprechen Mord an... an eurem Mann? Also, welches Stück der irrefutable Begründung... ...wennst du mir mit diesem Zeitpunkt präsentieren? Nee. Da ist nix. Wir müssen diesen Herzog finden. Die muss... Wir müssen... Oder die Räume von ihr nochmal durchsuchen. Vielleicht haben wir irgendwas übersehen. Kann schon sein. Der Zimmer ist nichts. Wir waren oben, oder? Nee, wir sind... Ja. Oder wir reden mit dem Aurel. Weißt du? Der Katze. Ach so. Den Ahu, meinst du? Ahu. Ich auch. Genau. Können wir mal machen. Aber ich... Wir müssen das mal auf nächste Folge verschieben, mein Lieber. Stimmt. Wir sind aber in einer Folge. Wir sind... Wir sind ja hart dabei, das hier aufzuklären. Na ja. Mal gucken. Sieht gut aus. Dann, wenn es euch gefallen hat, lasst uns einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns zur nächsten Folge von Divinity The Original Scene wieder. Und wir gucken, wie wir mit dem Mord weiterkommen, wollte ich sagen. Ja. Macht's gut, bis dann. Bis dann. Tschüss.